und da sind wir wieder und nein ihr habt nicht eine alte folge angefangen der bildschirm sagt gleich aus aber ganz in der nähe fehlen halt noch zwei sehenswürdigkeiten genau nämlich dies hier und das da oben hier und wie auch immer ich es geschafft habe da hinten im lager den wegpunkt zu holen ohne die sehenswürdigkeiten das ist schon können hier uns ist nebenbei nichts passiert ich habe nur ein bisschen das inventar aufgeräumt auch wenn ich weiß wie gerne ihr das live seht und nicht live aber im video betrachtet so gut das ding hatten wir ich habe mir die büße versenkt und hast ein kanägel abgeschossen er hat natürlich wollte eigentlich da übers feuer werfen aber das ist verbrannt so denn jetzt hierdurch ja kann ich dadurch ja hätte ja auch eben gerade im bogen gefunden golden doch lang oder kurzbogen lang ich glaube krieger können nur langen bogen machen und benutzen also nutzen ok ok eisexplosion eigentlich recht klug in die mitte von uns zu laufen ja aber sammler sind gar nicht in dailies merkwürdig merkwürdig ja das finde ich auch nicht gut nee überhaupt nicht das so der einzige sich daily den ich sonst bekomme wenn es können wir auch schaffen wiederverwehrter kriege ich auch hin aber danach wird schon mit schon schwer rettungsassistenten müssen zusehen dass wir ein paar in pcs getötet kriegen wir danach wieder wobei wir wissen ja wo hier die ganze zeit code ans eiskalte wasser geschubst werden wo ja damit wir selber wieder raus stimmt stimmt ist auch hier haben wir letzte folge vorletzte zwischen gemacht das fallen lassen also bei mir nicht was haben wir da irgendwie ein champion wenn ich das richtig sehr ja ist gleich da müssen wir aufpassen was ich auch mal sagen wir bin ich da nicht ganz davon überzeugt dass wir den kriegen kurz mal so haben wir vorbeilaufen und dann moin sagen und dann schnell weg genau moin sagen können wir ja mal und schauen ob wir uns den vielleicht holen oder nicht ich finde das gemein dass die ihre eisexplosionen immer noch machen können auch wenn sie schon längst tot sind genau jetzt bin ich festgefroren hier so jetzt geht's geht der eistrollchampion steht da natürlich ganz oben rum motzen ja ein tagebuch hören wollen wir einfach mal anschlagen du kannst immer ablässchen ich schicke mal genau ich vor weil da hinten ist eine truhe die kann ich mir dann holen ok dann darf mein bärchen da machen ich halt schon mal wo truhe 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 ist er nämlich festgefroren jetzt versuchen wir mal schaden zu machen so als er hält mein bär ja noch gut aus so ist nicht aber ach der kerl er hält auch was aus oh ja ok und tschüss angreifen brauche nicht wo gleich das nächste vieh ich habe ja auch gerade eins sind gerade ein paar mehr jetzt hier sind welche jetzt kriegen wir das wenn die noch helfen hier alle hier sind sogar mehrere jetzt ich dachte gerade nur mehr mehr gegner auf einmal ach so nicht mehr ich meine der andere bautiert der einen langer ein und er hat den anderen mitgebracht im veteran da kommt dann jetzt drauf nee doch nicht so sehr gut bei so vielen leuten da bringt auch mein frostgeist mal was ja dann kaputt gemacht naja da packe ich hier halt wieder neu nennen macht er gleich auch schon wieder kaputt hat er was gegen also er kann ja keinen schaden machen an dem frostgeist mit seinen alten eis explosion das ist doch albern ne echt nicht ja doch kann er also soll der nicht macht eigentlich keinen sinn boah wieder festgefroren ich mag das nicht das gleiche als würde ein fischstäbchen frostbrand kriegen doch schon jo geht doch das war sogar quasi ein event echt zum event ja sehr schön umblättern verlassen naja hier in der ecke ist auch noch hier so ein veteran so ein hundemutschen wie nennt man das ja so ein großer eisbär mutti mit kinder die kinder sind schon weg natürlich die kinder habt ihr hier als erstes ach diese aktores ach wie immer die heißen aktores mensis darf kraft jetzt hat er will die auch in den orden laufen da jetzt aber nicht dran vorbei nee okay da hinten geht's raus wie lässt mich jetzt hier alleine ach so vor mir ist auch so ein jäger vorgelaufen ich dachte das wirst du nein nein ich sag schon tschüss hier gut auch schon wieder festgefroren so jetzt ah da hinten haben wir es hier da das ist das falsche lager ich geh ab da ist was im abbruch so die kampfmusik kann jetzt auch eigentlich aufhören das ist hat ja so wenig sinn der sieht ja mal interessant aus mit seinen komischen bingen auf dem rücken die sehen cool aus muss ich mir gestehen auch wenn es mehr so ein jackpeg ist was er da bestimmt hier durch scarlett bestimmt fliegen kann ja würde ich mal vermuten würde so das ist gar nicht passend dieses aussehen auch nicht okay cool dieses gebiet hier ist erkundet drohengras transmutationsladung der sehr gehafte sea maske der rage leider nichts für mich aber diese rose und die sogar besser da will ich mir doch endlich mal eine neue hose hier anlegen moment so ich will mich auch sehen sieht man wahrscheinlich da nicht viel von joe ok schon mal wieder verwerten dreck weg der dreck weg und auch um den rest kümmere ich mir später gut dann sind wir hier eigentlich soweit fertig könnten natürlich tatsächlich jetzt hier in der nähe land wo die leute wiederbeleben mussten wenn ich jetzt wüsste wo das war das war hier hier da ne ich meine da rechts davon da wo der eingang hier zum ja bestimmt reisen wir dahin keine ahnung ob da auch gerade das event ist aber auch mal zack der helft die quagang maschipi von der eisbrot zurück zu erobern elf schiffbrüche in kodan jo beides machen wir beides aber nur weil wir events noch brauchen sonst würde ich den quagang nicht helfen man muss ja prioritäten setzen wo kommen die nähe sollte hier ach du meine gute hier ist uns aber auch einiges naja wie viel hier sollten wir die kodan sollten wir dann auch beschützen jetzt bringt das wiederbeleben noch nichts nicht wovon ich alles totes das sind kleine vierte das geht schnell dann fangen wir an zurück zu schwimmen du du frage ist ob wir beide das wiederbeleben ja also ich habe stehen haben oder nur du bisher sieht das gut aus so dieser eine hier genau ja komm jung schwimmen weiter schon krass das so ein wenig gegen so frische kämpfen können ja aber naja hier ist gleich ein weiterer und da hinten den einen dann kann man auch holen wir sind nicht alle sehr weit in der nähe alle hier sind verwundet und unter uns ist noch einer dann können wir wahrscheinlich schon wieder zurück ach gott da kommen hier quagern angeschwommen ja die eisbein helfen es aussieht ja das hier wo kommt die nahe ich glaube bei dem event kommen gegner an boah doch nicht so viele ja das sind schon ein paar au 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 jetzt ist mal gut hier jungs ein kodan ist schon wieder tot wenn ich das richtig sehe ja umso besser ist eine wiederbelebung mehr wollen ja hier gleich noch mal so ein fisch angerannt ja nehmt wir aus wie würmer gut ich sollte vielleicht mal meine meine braune farbe hier ändern hier hängt schon wieder so ein totes ah ne das war ein toter fisch hinter uns kommt aber lebendiger kodan ne so ein eisbär ist das ne so ein verzauberter ja aber kein gutes zeichen für die für unsere gummibärchen wenn die einzelnen lebenden dem eis verfallen sind oh ja gelato gelato hat ja große beiseichen gefährlich ist er dennoch nicht hier ist noch eine wieder ah ja wir kommen recht schnell wieder ich sag ja die wirft es einfach wieder ins wasser ja macht sonst gar keinen sinn ach unser anderer kodan wird schon wieder angegriffen hier und restungsassistent wunderbar jo ist für nur noch event von mir hier fehlen wahrscheinlich noch so zwei äh dann hast du alles voll dann hab ich meine fünf voll ja ne mir fehlt dann auch noch einer also jetzt nur noch hier hast du irgendwas gemacht ja ja auch nein also event fehlen mir noch vier events dann ne also einen hab ich schon durch den äh zwei events hab ich wenn ich das hier richtig sehe guck mal da hast du wieder mehr als ich aber ich muss noch ein komplett anderes daily hier abschließen zack ne also nö ich hab nichts anderes gemacht nö 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 jo jo hätt ich auch gesagt soo damit locke ich wahrscheinlich jetzt wieder hier dutzende von gegnern an so schwimmen los auf geht's die kraft der bären spüren ach das schafft das kommen ja das sieht sogar gut aus so viele können ja gar nicht mehr da unten auch noch jemand ja wo hier oben schon wieder jemand und äh sucht im wasser nach schiffbrüchigen einige sind wahrscheinlich verwundet und brauchen eure hilfe noch nicht was kämpft denn da hinten ok was immer da gegeneinander gekämpft hat ach ein skelk hat sich zu weit raus gewagt ja jetzt ist aber auch mal gut hier jo ho joh hier oben ist wieder einer auf da oben über dir rechts ne be 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 ah ok ja ich glaube und verfolgt die kralle nö oder doch nicht nö sieht gut aus oder hinten sehe ich auch schon wieder ein dann können wir wahrscheinlich umdrehen und den gerade wieder lebten aus einer misslichen lage freien er wird hier nämlich gegen den fischen wo den hier dennoch das ist auch in und herge ein super wenn wir hier jetzt fehlen ja noch bei events hier ist eins mit dem komischen töten hier wo das schwert ist die zwei schwerte als bruttina ist ja nicht weit weg genau das ist bleibt eine eisbrotina gut da gehört das geld hier oben jetzt nicht dazu aber der kommt trotzdem war zum aufwärmen für uns genau so auch jetzt bisher aber mal Ruhe. Und jetzt gibt's eine drauf von oben. Was wird denn damit Feuer hier? Oh. Erii. Jo. Verzieht sich nicht mal. An Zahl der Eisbrotina. Wenn wir kommen, ja, verdammt viel. Das sind ja einfach so verdammt viele, aber... Kann ja nicht sein. Oder ist es unten. Würde ich ja auch fast sagen. Das ist mit Quackern. Also Quackern, ja. Ja, ja, Quackern, genau, die waren ja unten. Also, Gluck, Gluck, Gluck. Gluck, 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 ja. Oh, wir haben da Eisbrotquacker, das wird jetzt wahrscheinlich dazuzählen. Nur alleine, dass wir dann ins Wasser gesprungen sind? Jo, oh nee. Ah ja, das hilft. Jetzt tut sich ja doch was. Jo, hier ist noch eine Wache. Ich will vielleicht noch wiederbeleben. Zählt auch, glaub ich, dazu. Ja, das könnte... Ah, sagen wir mal zu, dass wir hier Kanonenfutter wieder rankriegen. Ah, da hinten ist noch einer. Eisbrot, Eisbrot ist noch da. Jetzt hier wieder etwas rechts. Ja. Kommt so leicht aus dem Gebiet raus. Wir sind hier unter. Hier fast in der Höhle oder was das ist. Ah, okay. Sind noch zwei... Ja, da komme ich gleich nach. Lass ich noch ein bisschen was übrig. So, den auch. Auf die eine. Jo, und die nächsten. Okay, das zählt nicht unbedingt dazu, aber... Also ich entdecke man zumindest, wo Gegner sind. Ja. Wenn diese Quagern hier angegriffen werden. Aber der Fisch zählt dazu, auch merkwürdig. Dabei ist es so Eisbrotfisch. So, bei den zwei Toten hier ist bestimmt auch was. Da, genau. Komm mal kurz auf die Beine. Ich will nur sehen, wo Gegner ist. Genau. Da. Gut. Und so. Ah, I don't know. Ah, viele haben wir nicht mehr. Aber ich glaube, die spawnen hier auch wieder rein. So ist nicht. Äh, dieses Wiederbeleben, das würde ich auch gerne meinen Tiergefährten überlassen. Ja. Geht ja tatsächlich. Also es gibt dafür eine Fähigkeit, aber... Er spendet doch hier keine Fähigkeiten an. Bargern. So. Nur noch zwei Events. Jo. Eins. Und ein Daily. Also du hast es besser. Ähm. Äh, erstmal ich werden finden. Joach. So, ja, wir könnten mal entscheiden, was ist das Gebiet. Nächster Gebiet, genau. Wollen wir, das nächste ist ja jetzt hier rechts, wenn du die Karte aufmachst. Rechts. Das wäre Feuerherzhügel. Da habe ich ein ganz kleines Stückchen, also quasi den Durchgang. Wegen der Quest, die wir da mal gemacht haben, ne? Oder Missing. Ja, genau. Hm. Da ist hier rechts recht erkundet. Das sieht recht ordentlich aus, aber wenn wir hier... Oder in dieser Wegdurchgang ist. Ja. Äh, Rotschale, da. Wenn wir uns da rechts halten, dann ist sofort Gebiet, wo ich noch nichts habe. Jo. Machen wir. Dann gehen wir da mal hin. Ich frage mich jetzt gerade, ob das wieder so ein Gebiet ist, wo das schon vereinheitlicht ist, oder? Vom Gebiet und hier dazwischenlauf, ne? Dann gehen wir, da auch wieder hier, bitte. Vielen Dank.